Hier präsentieren wir die 5 besten Massiv-Holzbetten-Tests. Lass uns anfangen! Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Möbelstor 24 Futon Bett Schlafzimmerbett. Fans von natürlichem Stil werden sicherlich mit dem starken Holzbett Sarah in geölter Wildeiche begeistert sein. Das Schlafzimmerbett bezaubert mit seiner grundlegenden Natürlichkeit. Das Bett fördert mit klaren Formen in natürlicher Wildeiche und bringt dank des modernen Parkettlooks reine Konsistenz in ihr Bettzimmer. Gute Bedingungen für einen erholsamen Schlaf. Nummer 4. Krogwood Massiv Holzbett Valetta. Natürliches Buchenbett ist die perfekte Mischung aus modernem, elegantem Stil und auch königlicher, fester Ruhe. Holzbett ist die optimale Lösung für Ihr Schlafzimmer, Jugendbereich oder Gästezimmer. Geölte Buche passt zu allen guten Innenräumen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Massiv Holzbett Pumper Holzbett Doppelbett. Eiche sowie Weiß kaufen. Produzieren Sie eine warme Atmosphäre in Ihrem Schlafzimmer mit diesem natürlichen Holzbett. Dieses Doppelbett kann in den Nuancen allnatürliche, Eiche sowie Weiß gekauft werden. Auch das Fichtenbeet schneidet im Gästezimmer eine tolle Figur. Nummer 2. Krogwood Massiv Holzbett Julia mit Kopfteil in Eiche. Natürlich gefärbtes, geöltes und modernes starkes Holzbett mit stabilem Kopfteil. Das Julia-Bett kann als Bett für junge Menschen oder als Doppelbett genutzt werden. Eichenbeet hat ein natürliches Korn, anspruchsvoll und solide. Allnatürliche Eiche Bett ist die ausgezeichnete Kombination aus zeitgenössischen, eleganten Layout und auch königliche, starkem Schlaf. Holzbett ist der ausgezeichnete Service für Ihr Zimmer, Jugendbereich oder Gästezimmer. Fouelet Oil Eiche passt zu allen ausgezeichneten Innenseite. Und die Nummer 1 unserer Liste. Massiv Holzbett Balkenbett Doppelbett in Wildeiche vollmassiv. Dieses rustikale Lichtbalkenbett begeistert mit seinem modernen Stil sowie hochwertiger Verarbeitung. Das Bett bestand aus einem wirklich rissigen und gebundenen Balken aus heller Eiche. Die Mischung aus robustem Produkt sowie hochwertige Handarbeit sorgt für eine lange Lebensdauer. Frakturen im Lichtstrahl sind teilweise offen und wurden ebenfalls ausgeerdet, so dass keine Verletzungsgefahr besteht. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.